Willkommen zurück zum zweiten Teil von Oninaki. Ja, ich habe ja gestern bis zu diesem Safe-Punkt hier noch gespielt und ich würde mal kurz gucken, wie ich vielleicht die Lautstärke hier einstellen kann. Aber es geht leider gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir spielen jetzt einfach weiter. Okay. Das mit den Dämonen habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das ist. Mit diesen 150% Tralala. Okay, so weicht man aus. Wahrscheinlich. Ah, hier ist ein kleines Dörfchen. Mal vor, ich da hingehe. Was gibt es hier noch? Ich kann hier in... Bin ich jetzt hier richtig? Okay, was mache ich jetzt falsch gerade? Okay, der sieht gefährlich aus. Und auch wieder diese wunderschöne Melodie im Hintergrund. Verdammt oder verbrannt sind, okay. Dann gibt es bestimmt doch eine Möglichkeit. Ich muss schon sagen, wir haben keine 8 Uhr morgens und es sind schon knapp 30 Grad hier bei mir. Aber egal. Wieso höre ich die ja nicht mehr reden? Kann ich hier nochmal speichern? Ich speichere lieber bevor mir irgendwas passiert. Okay, was passiert jetzt? Aha, also habe ich jetzt einen zweiten Dämon. Sehe ich das richtig? Okay, er ist ein Sperrkämpfer. Hört sich gut an, aber wie wechsle ich die Dämonen? Da wird mir bestimmt jetzt gleich schon erklärt. Ja, genau. Wie? Okay, wechsle mit eher die Dämonen, die erscheinen können. Hallo, wie denn? Ah, okay. Ich muss gedrückt halten. Ah, Mann. Ah, Mann. Geil. Ich finde es echt cool, dass du verschiedene Kampfstiele hast. Oh, oh. Ja, das hätte ich natürlich auch von Anfang an mal machen können. Okay, ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, ich habe nicht getroffen. Oh, nein. Nein. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Nein, ich bin gestorben. Da war ich zu gierig. Game over. Erneut versuchen. Ich hätte von Anfang an vielleicht wieder zurück in die Welt reisen sollen. Also in die, keine Ahnung, wie nennt man das? Lichtwelt? Also in meine Welt. Aber der neue Dämon ist schon ziemlich cool. Okay, das ist eine Aue. Das muss ich auch aufpassen. Ich kann da nicht ausweichen von dem Gesicht. Die Attacke macht einiges an Schaden. Mist. Da hat er mich doch getroffen, die Sau. Ich habe mich doch geheilt. Oh Gott. Wie dumm stelle ich mich denn hier bitte an? Ah, ärgerlich. Ich muss gucken, dass ich unnötige Hits vermeide. Und gerade dieser Raketenangriff ist echt böse. Ja, natürlich kriege ich direkt den Schlag ab. Wie kann ich den denn ausweichen, dem scheiß Raketenangriff? Wirklich, das ist nervig. Ah, was mache ich denn? Oh, ist das ärgerlich Mann Wieso kriege ich das denn jetzt nicht hin? Ich glaube, der erste Versuch war noch der beste Nee, das ist nicht cool Vor allem, ich weiß nicht, wie ich diesen Raketen ausweichen soll Ja, wie soll ich dem ausweichen? Alter Komm schon Was ausweichen Der macht jetzt wieder irgendeinen Mist, stimmt Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Oh man, ey. Nein, jetzt kommen die Arketen raus. Das kann ich hier gar nicht gebrauchen. Oh man, jetzt habe ich keinen Haltrand mehr. Oh, diese Raketen. Komm schon, ich habe dich gleich. Ja. Das hat jetzt aber viel zu lang gedauert. Alles klar. Das ist mega nice. Jetzt sind wir hier. Hier ist es. Oh, ich weiß. Oh. Ach ja. Weil sie ist mir sympathischer als er. Sie müssen gehen. Ah... Ja. Ja. Okay, das scheint weit verbreitet zu sein, also so eine Art Religion, Kult. Huh? Also .... ... ist unser Zuhause ... D.I.A.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.4 ... ... Ich bin so allein. Ja, als Kind kann man ja auch verstehen, ne? Einmal. Hey. Ja, ja. Was? Ernsthaft? Die gehen jetzt in den Freitod? Okay, wenn ich das nicht verstehe, gehen die in den Tod. Tatsächlich. Alter, das ist heftig. Was ist das jetzt mit der Demo? Boah, das ist ja sehr ruckelig. Jugendlich frische Frau. Okay, das heißt, die Wächter haben eine ziemlich harte Bürde. Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Verbum. Oh Mann Okay, damit wird auch ein Geschäft gemacht Ah, ist ja klar Talismane werden verkauft Für den Freitod wird Geld gezahlt Es werden Versprechungen gemacht Also viele verschiedene Kleinigkeiten Hey Na Das Idioten. Und jetzt den Schwanz anziehen, ne? Und jetzt den Schwanz anziehen, ne? Idioten. Zwei? Alles klar. Wieso darf dann so einer Wächter werden, wenn die dumm sind? Das stimmt. Hey! Hey! Okay, ich hab das Gefühl an der ist irgendwas falsch, warum auch immer. Dann, ne? Das geht also doch weiter in der Demo, ja? Aber nicht für uns. Wir machen an dieser Stelle mal einen Break. Das war's mit Folge 2 von Oninaki. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ihr dürft meinen Kanal auch sehr, sehr gerne abonnieren. Würde mich freuen. Und wenn euch das noch nicht genug ist, gerne auch auf Twitter folgen. Twitter-Tag ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Zähne. Zähne.